So, meine Liebe, wir spielen jetzt Drei wilde Werte. Ja, ich kannte das mit dem Buch. Tja, das ist Ewigkeiten. Da sieht man mal, wie du dich informiert hast. Wir spielen das Spiel Drei wilde Werte. Das sind 150 Karten, auf denen ist jeweils ein Wort drauf, was im deutschen Sprachgebrauch als Wert gilt. Und du darfst jetzt mal einziehen. 150? Ja. Au. Darf ich mir sehen? Ach so, ja. Das ist nicht mit Geheim und ich muss raten oder so. Ja, ja. Dankbarkeit. Was hat das denn mit dir zu tun, lieber Alain? Na, ganz viel. A, mache ich seit Jahren jeden Morgen eine Dankbarkeitsübung. Und abends auch. Und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin dankbar, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und ich bin dankbar, dass ich lebe. Ich bin dankbar, dass ich zwei tolle Kinder habe. Dass ich einen Schatz habe. Dass ich Oma bin. Sehr schön. Dafür bin ich ganz tolle Dankbar. Cool. Doch was, was ist das denn mit Geheimen? Und ich bin jetzt bei ihm nach au Durm. Wo ist das gewoon mal ein Det нуll? Bis zum nächsten Mal.